Hallo, grüß euch, da ist der Ronald vom Kurt Frozen Joghurt. Wir sind da beim Turnier vertreten. Kommt vorbei, das Wetter passt, die Stimmung ist gut, wir freuen uns auf euch. Grüß euch, ich bin der Matthias, wir sind da bei der Firma Tennis Point. Wir haben einen Haufen Tenniszeug da, wenn ihr irgendwas braucht, Schurrsch, Gewand, Schläger, schaut bei uns am Stand vorbei. Ja hallo, ich bin der Gerald von der Firma Babolat. Ich mache gemeinsam mit dem Christian das offizielle Bespann-Service hier in Kitzbühel. Zufällig mache ich jetzt gerade den Schläger von Venando Verdasco, der spielt das Topmodell von Babolat mit der Seite mit 28 Kilo und 26 Kilo auf der Quersite.